gut und hier sind wir Hühnchen Hühnchen gut sagen ich fange noch mal komplett neu an hier mit dem kompletten Spiel das andere ist einfach nix wirklich gewesen das andere ist einfach eben nix gewesen scheiße eben und deswegen fange ich jetzt noch mal komplett neu an mit den Let's Play und so ja wisst ihr dann gehe ich mal auf die Jagd auf die Jagd nach Hühnern und so'n Scheiß komm her komm her ja fliegen gilt das fliegen wird hier nicht und dann fangen wir mal an mit Baumfarmen 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 ach ja so wird hier Baum gefarmt Bäume gefarmt und Traumfrau und Traumfrau und Traumfrau und Traumfrau und Traumfrau und Traumfrau und ja geht auch ich hab kein Text und Tonpatch drin weil ich weiß nicht mich hört das nicht so andere jetzt mal werfen wirk ups so 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 verwendet übte auch mehr doch schattung nur hat er oder er hat schon sagen er hat sich schnell gewesen mehr werden wie sie schnell dunkel hier übernimmt sein fange ich jetzt an wenn ich irgendwo war es wohl stadt wenn es nur eine Zügel kann ja gleich mal aus dem Druck Truffbau aber wenn ich schon mal dabei bin die Kirchener jagen gar mit was haa guter Kurs und Gemma Kup ich mache mit gleichem Schaufel das Wasser weil mir gleich lieber noch eine Schaufel und hoch und bäm 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 geht doch so schön rin buddeln und buddeln 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 ach Gott so tief buddeln buddeln ich muss mich behalten ich finde mich gleich dunkel und dann wird es nicht nertren nertren komm schon schneller 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 geht doch so das dürfte reichen dann hab ich irgendwas womit ich muss sonst hier das kann ich verwenden hallo drei vier hau ich das hier weg so schon besser so sammeln gut ich musste ein kleines skatt durchführen ja aber jetzt geht's weiter weiter mit voller frische äh gott und abbauen 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 münchen frisch also in dieser an die aus wenigstens aber um der wach schieb scharf unter der reizkunde damals gleich schlachten gleich schlachten ich bin ich will deine wolle ich will deine wolle ich will deine wolle lol das schafft lol ich will deine wolle lol man du scheiß scharf komm her ja geht doch äh 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 jetzt kommt ja noch mehr wolle noch mehr wolle geht doch oh 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 komm her lol komm her so jetzt habe ich genug wolle für ein Bettchen und kann mich auch nicht wundern wenn ein paar lecks kommt da ist das Aufnahmen nehmen na na nahm programm toll das Ding ist ja wirklich nicht so riesig wie ich dachte ja vielleicht bei uns hinten am Wasser ist vielleicht auch mal ganz schönes aber lol lol äh ja da ist genug Platz jedenfalls jetzt gleich dunkel aha ja ich bring mich noch sehr um mich nicht weiter zu machen oh nein es ist so dunkel ist so dunkel ist so dunkel wie viel naja so wirklich viel verdammt aber hier gibt es echt viele Tiere fällt mir gerade auf und zwar echt viele und und schaue schweine lol lol scheiß schwein lol lol ja ist klar das vollgehangen mein schwein ist abgehauen schwein warum hängt das so lol 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 Mann wo ist es hin lol 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 der bestehen er für die ich neuergut mich mit mir und dann schweine auch nie jetzt ich muss dringend mal nachgucken warum das so hängt gut komm her komm her komm her ja 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 Gott endlich gut fang ich mal fang ich an mein Haus zu bauen am besten mach ich hier ein bisschen äh weg ja mach ich hier weg mit welchem creeper hinter mir auftaucht weiß ich was bloß ist äh hier ja ich hab jetzt gedacht ey ich mach aber nicht so ein arg riesiges Haus ich mach nicht so ein arg riesiges Haus ich mach nicht so ein arg riesiges Haus mir reicht erst mal kleines so ganz kleines gemütliches sei es mal wo ich mir hier so in der Ecke na das bisschen klein naja egal wo ich mir so in der Ecke erstmal so gemütlich machen kann sag ich mal so ich mach hier ach ok dann war es das erstmal mit dem Part und wir sehen uns dann mhm in dem nächsten Part wieder Ciao